Guten Tag und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Postal 4. Sorry, falls die Kamera wieder etwas macht, aber ja, ich weiß nicht. Die hat halt eine gestörte Störung und ja. Na. Da. Sag ich nicht. Da sehe ich auch drüber hinweg, dass da über mein Köpfchen hier so plötzlich nichts ist, na. Aber. Na. Na. Egal, egal, egal. Nicht meckern. Nicht meckern. Die letzte Folge war darüber hat auch Spaß gemacht. Hier hat auch Spaß gemacht. Da waren wir hier in der anderen Chance. Und ja, jetzt gucken wir mal. Wir sind gleich hier oben. Was wir hier erleben können. Ich könnte schwören, es ist irgendwie etwas dünkler hier. Fragt mich jetzt nicht, wieso oder warum? Haben die Tageszeiten hier eingefügt oder wie? Ich weiß es nicht. Lustig wäre es auf jeden Fall. Aber das Ding wäre halt, die Beleuchtung hier würde auf keinen Fall ausrechnen. Dass man hier ordentlich was sieht. Wenn man die Helligkeitseinstellungen auf normale hat zumindest. Und ja, ich glaube, wir sind noch richtig. Ja, die nächste links und dann sind wir auch schon fast da. Das ist die letzte Mission voraussichtlich. Der Inspektor, der blöde. Und ja. Dann gucken wir mal, was uns der Tag noch weiter bringt. Ui, Häschen, Häschen! Ist hier wenigstens normal. Ja, wenigstens hier normal. Fürchterlich. Da kreusen sich die Akknaz. Ah, gut. Pack die Waffen weg, mein Freund. Zehn und zwei. Na? Immer schön linken hier. Achtung, aus der Bahn. Warum lauft ihr mitten auf der Straße? Habt ihr keine Autos? Okay, Marker kann ich setzen. Ah. Ah, da wird mir jetzt angezeigt, wie ich sogar fahren muss, gepünkelt. Okay, dann gab es doch ein Mini-Update. Nochmal. Eden-Sinn. Aha. Damn. Wir speichern mal. Ich drohe das Game nix zu. Deswegen speichere ich immer auch viel. Was zum Teufel? Ist das Carbonit? Okay. Keine Rollator. Ist okay. Hallo? Ist hier jemand? Ich bin da. Ich bin der Coole. Der Neue. Hier gibt es doch sicherlich was auf den Toiletten. Nee. Jetzt sind sie zugesperrt. Oh, nee. Geht auf. Nichts. Bin ich erstaunt. Okay. Mal gucken. Oh, nix. Ich geh jetzt doch zivilisiert zu. Hallo? Uh. Sicherheitstür. Your start is here. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Vor allem, dass hier gar kein Mensch ist. Ist auch ein bisschen komisch. Hm? Was ist denn das hier für ein Gang? Wir sind schon außerhalb der Map. Ich sehe uns gar nicht mehr. Well. Kann ich den Punkt nicht wegmachen? Nö. Will nicht. Dann halt nicht. Point of no return. No return. No return. Das klingt... Interessant. Ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Level 1? Okay. Hey, pal. You there. Are you the damn engineer they were sending? I haven't called a lot of damn things. What's it to you? Oh, well. Well, you see, we've got some leak problems cropping up throughout the dam. It's not emergency or anything, but every emergency containment door has been activated. And if someone down there can start repairing all of the leaks, this whole place is gonna burst. I suppose I've got nothing better to do right now, and I've been known to fill in a good hole or two in my day. What do I have to do? Those leaks, plug them up fast with whatever fits. Just find anything you can to plug up those holes. Okay. Ich weiß da noch nicht, warum wir jetzt nicht mehr zurück können. Ach, ein Fahrrad reinstecken. Ja. Ähm, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh nein, ach, Mann. Meine Kinder, wir sind für Erfolg. Das told me. Was zum Okay, Moment, Moment What the fuck was ist Was geht hier Was, was ist sie Was Okay, ich finde es erstmal scheiße Dass das hier kein gescheiter Boden ist Also sowas, das regt mich halt auf Warum tut man halt sowas dann releasen Ihr wisst, da muss man entlang Na, ich reg mich nicht auf Wenn es jetzt irgendwo nah ist Aber das, dass das nicht mal als gescheiter Boden erkannt wird Egal, egal Na, das wollte ich nur mal kurz angemekt haben Wir lassen uns da jetzt nicht stören Wir lassen uns da jetzt nicht stören Denn es hat ja bis jetzt Spaß gemacht, der Tag Und da lassen wir uns wirklich nicht stören Ganz ehrlich Boah Darf ich? So Darf ich jetzt? Na, okay Ich muss wahrscheinlich Leider hoch Release Und der hält das dicht Oder nicht Bissgelüsch So Der Opi ist weg Jetzt brauchen wir was, um das Loch zu stopfen Hm Ich weiß zwar nicht, wie so eine Kiste da hält Na, um das Wasser hier fern zu halten Aber wir machen es mal Ah Autsch Boah Meine Mausgeschwindigkeit ist definitiv zu hoch für das hier Badamm Kusch, 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 kusch Echt jetzt ein Bild hinhängen Alter Das ist sowas von glitchy Mal kann ich eh drücken, mal nicht Ja, sorry, Junge Alter, ja Genau Komm Wir müssen uns auch ein bisschen mal gucken Wegen der Zeit Autsch, Autsch, Autsch Die Zeit wird langsam knapp Vorbei die KI, die ist halt wirklich so Blerk Einfach nur Blerk Was anderes kann ich dazu nicht sagen Ich weiß irgendwie nicht, was sie tut Ich gehe gegen die KI, aber Ist so random Okay, das kann man als Abkürzung nutzen Mach ich nicht, weil es langsamer geht Bis ich da hochgehupft bin Drei Jahre übergangen Ob wir das zeittechnische noch schaffen Keine Ahnung Ich habe absolut kein Zeitgefühl Morgen Guten Abend Gute Nacht Ah 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 Kusch 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 Und die Hände Zum Himmel Ja, ja Hallo Gut, Leute Hört's mal auf Moment Wir müssen uns ganz kurz mal hier ein bisschen heilen Beziehungsweise Vitamine wollte ich jetzt nicht nehmen Es gibt ja immer wieder hier gute Items Na, so wie Na Das man das Gollrad Also die Sachen, wo dann Wonach träglich eingefügt werden Das sind echt immer gute Einfälle und so Aber So Ja Das Das ist ein Aluhut Man darf ja aber trotzdem nicht vergessen Es ist Posten Man darf es nicht so ernst nehmen Es ist Tatsache Einen Stuhl kann ich hier wieder nehmen Out Hä Was gut Ja, genau Einfach Einfach Maffe weg Hallo Mann, man muss man echt ein bisschen rückplassen So doof wie es klingt Na, komm Na, komm Ist das da jetzt offen? Jawohl Hallo 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 Ja Erstmal Was treffen Hier hinten Wasserflätschern Da oben Ein Fahrrad Weck mit euch Oh, keine Munition mehr Nein, du holst hier keine Waffe Hör auf antes HOBEN Da oben brauchen wir Schachtel oder was Wir brauchen ein Fahrrad Seht ihr ein Fahrrad Eine Schachtel Gerne schreien Hier Eine Schachtel Reno rino jetzt kommt ja gut wir können bescheußen und jetzt brauchen wir ein fahrrad rino vier minuten haben wir noch das schaffen niemals auch nee jetzt sagt mir nicht das muss ich dann auch mal von neuem machen ach wo ist dieses fahrrad da oben ist ein fahrrad oder hier na komm vor allem aus der decke kommt ich sage ich sag nix das ist so was halt die meiste zeit braucht man kann da nicht mehr hoch springen man kann da nicht hoch springen ok heißt dass ich muss müssen muss mich in der kiste noch hinstellen wird das das spiel von mir verlangen level 2 ja gut ich glaube ich sind wesentlich zu langsam das ist noch untertrieben schießt doch bitte nicht so viel das ding ist man muss ja kämpfer okay das will ich nicht man muss muss er kämpfen alles mögliche hier hier mein vögelchen greift sie alle an attacke oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott ich habe keine waffe ich habe keine waffe doch ich habe eine waffe aber die will ich nicht verwenden hilfe ich glaube ganz ehrlich am besten kommen wir hier durch haben wir alles ignoriert sage ich ganz ehrlich irgendwas neben der gitarre hier und besuchen wir haben ja nicht mehr so viel munition ist ja auch hier nirgends wo kommt hier wasser rein jetzt geht es wieder nicht mehr dafür darf ich es nur in ego sie daneben wir schaffen dass wir schaffen dass wir halten uns aber nicht in die hüfte schießen die braue noch das gibt es nicht der madame gehen seit mal wir lassen jetzt die meisten wirklich hier stehen ganz ehrlich weil bringt nichts wir haben zu wenig munition hier haben wir gemälde noch ein gemälde also uns geht direkt auf wir können da nicht drüber springen und weiter allerbeste freunde die man nur finden kann das merkt so krass nicht nach dass wir munition könnten wir uns mal wehren ah warum ha 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 Genau, warum kommt es? Ich sage, okay. Das war's, wir wurden jetzt einfach vom Wasserkraftwerk ausgespürt. Das war's, wir sind in der Hand. Du hast dir selbst ein Testament zu meinem Macht und Willen. Für die Trägerischen Hände, die mich zu verletzen sind. Ja, ja. Kannst du das ein bisschen aufrestehen, Herr Bossmann? Ich habe deine Gelegenheit gemacht und verpasst, also glaube ich, es ist Zeit, dass du mir gesagt hast, über meine Loth-Trailer-Homme. Patience, mein Kind, für die Wahrheit ist in deinem Bezug. Aber bevor es zu beheben ist, ist eine letzte Obstruktur, die du musst übernehmen. Okay, wir müssen jetzt an jeden, ähm, okay. Hier angreifen. Wir drehen alle Leute durch. Chaos. Weltschäden und Flammen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge posten. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Und bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Und ja, wir gucken einfach mal. Das war alles ein bisschen... Warum? Ja, egal, egal, egal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.